Hi, willkommen zu einem neuen Make-up-Kollektion-Ausmisten-Video. Ich zeige euch meine aktuelle Kollektion. Wir missten zusammen aus und dann zeige ich euch die aktuelle neue Downsized-Kollektion. Und ich glaube, heute wird der letzte Make-up-Teil sein. Ich möchte heute eigentlich durchgehen mit euch Foundations, Concealer und Prep & Prime. Und dann ist nur noch Skincare da und Nagellacke. Also, let's go. Wir fangen an mit Foundations. Das ist der aktuelle Inhalt. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal auszusortieren. Das hier ist zum Beispiel eine Verpackung. Ganz traurig. Das ist alles, was drin war. Ist gar nicht so viel, oder? Man muss aber dazu sagen, dass ich auch noch in verschiedenen Make-up-Taschen Foundations habe. Aber wieso teine jetzt das hier aus? Und ich überlege mal, was ich behalte und was ich nicht behalte. Ich habe jetzt einen Stapel mit, ich bin mir nicht sicher, gerade bei Foundations, wo ich nicht weiß, ob es die noch gibt. Und die ich auch schon länger habe, wo ich nicht weiß, wie ist die Konsistenz. Aber die Konsistenz sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das ist die Silk Cream Foundation. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das ist die Farbe Medium Ivory. Sie riecht noch gut und sie fühlt sich auch noch gut an. Also die werde ich noch mal ausprobieren. Dann habe ich hier die Estee Lauder Double Wear Light. Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich darauf voll gefreut. Wollte die unbedingt ausprobieren. Und letztendlich trage ich sie irgendwie nie. Die ist auch, wie ich sehe gerade, ziemlich... Wie kann ich das sehen? Die ist ziemlich orange. Dann haben wir hier einmal Velvet Finish Foundation von Catrice. Und der bin ich richtig lange hinterhergerannt. Ich weiß gar nicht, ob mir das von der Farbe überhaupt noch passt. Die ist schon sehr hell. Aber schön gelb auf jeden Fall. Boah, krass, wie die deckt. Wenn es die nicht mehr gibt, dann werde ich die, glaube ich, auch weggeben. Weil es sich für mich einfach nicht lohnt, euch dann Sachen zu zeigen, die ihr nicht mehr bekommen könnt. Ich habe gerade nachgeguckt. Natürlich gibt es die Catrice Foundation nicht mehr im Sortiment. Ziemlich blöd, weil die war echt gut. Aber dann gebe ich die weg. Wir fangen an mit etwas, was nicht ganz so erfolgreich vielleicht aussieht. Das ist das, was ich behalte. Und das gebe ich weg, verkaufe ich, schmeiße ich weg. Sowieso diese Verpackung. Ich frage mich, wo ist die Cushion Foundation von Lancome? Weil hier ist nur die Verpackung. Anyway, die Foundation hier fand ich echt gut. Gibt es aber nicht mehr. Die habe ich früher, als ich gedacht habe, ich habe schlechtere Haut, mal gekauft. Opel und Nude. Aber ich habe die immer gemischt. Aber die Farben haben mir nie richtig gepasst. Und da ist noch fast alles drin. Dann ein absoluter Favorit von mir. Die CC Cream von Max Fokter gibt es schon lange nicht mehr. Aber wenn es sie noch geben würde, würde ich sie euch immer noch sehr ans Herz legen. Aber die ist jetzt schon nicht mehr gut. Und dann haben wir hier zwei Kandidaten. Das ist echt schwierig. Aber ich weiß gar nicht, wie ich hier von die Hälfte alle machen konnte. Und ich weiß auch nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Estee Lauder Double Wear Foundation. In der richtigen Farbe der absolute Hammer. Aber ich habe die Farbe 3C3. Und die ist einfach viel zu kühl. Auch die hier ist leider rötlich und ein bisschen dunkel. Double Wear Light ist das. Also die werde ich wahrscheinlich verkaufen. Guckt da auf jeden Fall mal bei Insta-Stories vorbei. Da werde ich bestimmt was zu sagen. Und das behalte ich. Also was behalte ich? Ich behalte auf jeden Fall Moonshot Cushion Foundation. Die finde ich richtig gut, falls ihr eure Farbe findet. Besser zu bekommen ist von Misha die Magic Cushion Foundation. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Die gibt es auch in dunkleren Nuancen. Dann absoluter Favorit ist auch schon fast alle, wie ihr sehen könnt. Von NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Und dann auch noch in so einem Gefäß von Bare Minerals. Die, ich glaube das Original SPF 15, die Foundation. Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Aber früher fand ich so Mineralpuder sehr, sehr gut. Als meine Haut so ein bisschen rumgesponnen hat. L'Oreal Pro Glow Foundation. Falls ihr irgendwann endlich nach Deutschland kommt, kauft sie euch. Wenn ihr Glowy Foundations liebt. Ähnlich vom Finish, aber noch ein bisschen leichter. NARS Tinted Moisturizer. Ich habe den in Alaska. Und auch ein ähnliches Produkt, aber noch ein bisschen Feuchtigkeitsspendender. Die CC Cream von It Cosmetics. Auch in so einer Tube behalte ich jetzt also. Ich war mir nicht sicher. Silk Cream Foundation von Laura Mercier. Die ist richtig stark. Genauso wie von By Terry, der Cover Expert. Das hier werde ich jetzt, glaube ich, mal zu meinem Everyday Makeup tun. Und das einfach alle machen. Und das ist von Benefit Hello Flawless. Ich habe die Farbe Petal. Und ich muss sagen, da war ich am Anfang irgendwie nicht ganz sicher. Es war so eine Achterbahnfarbe mit der Foundation. Letztendlich aber eine super Deckkraft. Verschmilzt gut, auch mit trockener Haut. Und ich fand die eigentlich echt ganz gut. Dann auch für trockene Haut mega gut. Bourjois Healthy Mix Serum Foundation. Too Faced Born This Way. Nicht meine liebste Foundation, aber trotzdem etwas, was ich auf jeden Fall in meiner Kollektion behalten möchte. Auch noch eine CC Cream von Bourjois. Ich mag Bourjois-Grundierung richtig gerne. Absoluter Klassiker auf meinem Kanal. Wenn ihr meinen Kanal lange verfolgt, kennt ihr dieses Produkt. Luminous Silk von Armani. Einer meiner absoluten Lieblingsfoundations. Und dann so ein Liebe-Hass-Produkt. Und zwar ist das von Nude by Nature. Die Foundation, ich glaube, die heißt irgendwie Flawless oder so. Manchmal rollt die sich extrem ab. Sieht total kacke und fleckig aus. Aber wenn ihr die richtigen Sachen benutzt und eure Haut den richtigen Zustand hat, ist es ein Traum und eben naturnah. Und die letzte meiner Lieblingsfoundations ist Rivalde Loup tatsächlich. Natural, wie heißt die? Natural Lift Make-up. Und die ist richtig toll. Gerade auch bei trockener Haut. Und dann noch ein paar Foundations. Die habe ich kaum benutzt, aber ich will sie weiter benutzen. Milani Conceal & Perfect. Dann von Manhattan 3 in 1. Easy Match Make-up. Auch wieder so eine Hassliebe. MAC Face & Body versuche ich wirklich seit, ich glaube, sieben Jahren oder so zu lieben. Aber ich bin mir immer nicht sicher. Ein Klassiker in der Drogerie. True Match. Da habe ich die Farbe W3. Mittlerweile gibt es davon ja viel mehr Farben. Weil die ist mir ein bisschen zu hell, aber schön gelbstichig. Und die letzte ist auch eine sehr leichte, natürliche Foundation. Das ist die Fresh Nude Foundation von The Body Shop. Und so sieht das Ganze jetzt nachher aus. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe auf jeden Fall noch super viel Platz für andere Foundations. Und das sollte passen. Kommen wir zu Concealer-Produkten. Das hier ist es vorher. Könnt ihr das glauben? Alter Schwede. Ich muss aber dazu sagen, ich habe viele von NYX bekommen. Davon werde ich jetzt, glaube ich, ganz viele aussortieren und dann euch zur Verlosung dalassen. I add a little fuck to the brain. The fuck, baby. Wie ihr sehen könnt, ich war ziemlich rigoros. Behalten, ich weiß es immer noch nicht, nicht behalten. Und warum bist du in meiner Concealer-Box? Ich zeige euch mal so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht behalte. Hier sind ganz viele von diesen NYX Concealer-Pencils. Da habe ich einfach tausend Farben. Deswegen habe ich mich da für ein paar entschieden, die bei mir farblich passen. Und den Rest werde ich an euch geben. Dann habe ich hier einfach so ein paar Produkte, mit denen ich nicht ganz so klar kam. Ich weiß aber, dass zum Beispiel den hier viele lieben. 2 in 1 Concealer von Manhattan, Healthy Mix Concealer von Bourjois, die Erase Paste von Benefit. Den habe ich ganz neu, aber es ist einfach nicht meins. Den werde ich jetzt verkaufen. Born This Way Concealer von Too Faced. Die Farbe Medium. Genauso wie der Sephora Bright Future Gel Serum Concealer, den Luster Luxe absolut liebt. Das ist die Farbe Custard. Ist, glaube ich, auch so eine, die sehr, sehr vielen passt. Dann hier von Marc Jacobs. Up All Night Remedy Concealer Pen. Ich habe einfach zu viele. Aber auch hier weiß ich, dass den natürlich viele mögen. Und das genauso wie von Laura Mercier, diesen Candle Glow Concealer & Highlighter. Den habe ich in der Farbe 1. Lasst euch aber nicht getäuscht sein. Es ist trotzdem eher so eine Light to Medium Farbe. Nicht super, super hell. Ja, und ansonsten so Maybelline Fit Me Concealer. Ich weiß nicht, ob sie da die Formulierung geändert haben. Der, keine Ahnung, deckt für mich irgendwie nicht mehr richtig. Und dann sowas von Max Factor. Manhattan Love, Essence. Was ist das hier? Der Astor. Da einfach so ein paar Sachen, die einfach von der Farbe oder von der Konsistenz nicht gepasst haben. Und ich behalte, ich weiß nicht, warum ich manchmal die Sachen in den Boxen lasse. Intense Skin Serum Concealer in der Farbe Sen von Bobbi Brown. Mag ich sehr gern. Sehr schön leichte Konsistenz. Im Gegensatz zu Nude by Nature Concealer, Flawless Concealer in Natural Beige. Das ist so ein Stick. Und die sind im Gegensatz zu den Foundations richtig, richtig gut. Dann diese Concealer Pencils, von denen ich eben gerade gesprochen habe. Da behalte ich Medium Olive und zum Konturieren und Bronzen Deep Golden und Cappuccino. Die sahen richtig schön geswatcht aus. Dann aus Korea ganz neu Kill Cover Concealer von Clio. Kleine Reisegröße von dem NARS. Wie hieß der nochmal? Wie heißt denn das Ding? Ihr wisst, was ich meine. Den Concealer auf jeden Fall. Und den habe ich in der Farbe Custard auch. Intensive Skin Serum Corrector von Bobbi Brown in der Farbe Peach Bisque, wenn ich ein bisschen dunkler bin. Und das gleiche nochmal in Light to Medium Peach benutze ich jetzt gerade. Von La Mer Skin Color The Radiant Concealer in der Farbe Medium. Ist in so einem Pöttchen. Und das ist eine tolle Konsistenz. Der ist so, ich glaube vielleicht ein bisschen wie der von Glossier. So cremig, feuchtigkeitsspendend. Nix HD Concealer. Sehr gut deckend ist der hier von By Terry. Der Hybrid Foundation Concealer. Der Instant Full Cover Concealer von Bobbi Brown. Mein geliebter Shape Tape Concealer. Ja, er ist wirklich so gut wie alle sagen. MAC Mineralize Concealer. Mein geliebter Garnier Roll On, den ich immer als Corrector benutze. Guckt euch das mal an, wenn das kein Erfolg ist. Von komplett voll zu ich kann alles genau sehen. Also das finde ich sehr gut. Also jetzt damit wieder zu seinen Plätzchen. Die letzte Kategorie ist die schwierigste und vollste. Aber das Problem ist, da kann ich nicht genau sagen, was ich jetzt behalte und was nicht. Das ist Prep and Prime. Voll mit Setting Sprays, Pudern, Primern und so weiter. Ist das nicht bekloppt? Ich weiß nicht, was ich von Primern halte. Aber die ganze Box ist komplett voll. Oh, also hier, das Produkt passt nicht mal richtig rein. Das habe ich in Korea gekauft. J1 Jelly Pack. Dann, das finde ich wirklich gut. RCMA No Color Powder oder so. Ja, No Color Powder, wo immer noch super viel drin ist, kann ich sehr empfehlen für den Preis. Soft mit Loose Powder fand ich, glaube ich, eigentlich ganz gut. Aber ich mache halt nie Puder alle. Radiance Primer von Laura Mercier. Fix Plus, das finde ich super. Das kann ich eigentlich mal wegpacken. Das war eigentlich echt scheiße. Von Nix. Könnt ihr euch erinnern? Das hatte ich absoluten Flashback. Das kommt auf jeden Fall weg. Aber sonst, keine Ahnung. Okay, das kann vielleicht auch rechnen. Aber sonst, keine Ahnung. Ich benutze das alles ab und zu. Schrecklich. Das soll auch gut sein. I don't know. Das fällt mir gerade schwer. Manu, das Fimee ist echt schwer. Und guck mal, das behalte ich. Es sieht aus, als würde ich alles behalten, oder? Aber das hier kommt weg. Anstatt, dass ich euch jetzt aber erzähle, was ich alles behalte, zeige ich euch nur kurz, was ich nicht behalte. Einmal von, ähm, was ist das? L'Oreal? Nude Magique BB Powder für helle Haut. An sich mega. Ich habe es gerade nochmal aufgetragen, um zu gucken. Das macht wirklich so einen Blurring-Effekt. Aber es ist leicht rosa. Und auf meiner Haut sieht das einfach komisch aus. Von Benefit Dead Girl. Genauso wie von Benefit Stay Flawless 15-Hour-Primer. Habe ich mir irgendwie super viel von erhofft. Aber ich glaube, ich habe einfach nicht die Haut dafür. Dann ganz neu habe ich mal zugeschickt bekommen. Das heißt, ich werde das in so eine Verlosungsbox machen. Shine Killer von NYX. Ein Primer. Genauso wie auch noch neu Photo Loving Primer von NYX. Die waren bis jetzt einfach nie was für mich. Deswegen habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine Lust, dem noch eine Chance zu geben. Ist das blöd. Und HD Studio Photogenic Primer Base von NYX. Habe ich auch ausprobiert. Hat halt bei mir einfach nichts gemacht. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Aber das eher für hellere Haut. Liquid Illuminator. Das ist die Farbe Sunbeam. Die ist eben so ein bisschen rosa. Auch von dieser Nude Magique Reihe Blur Cream. Hat bei mir einfach nicht genug geblurrt. Das hier war ein absoluter Fail. Ich verspreche euch, NYX hat super gute Produkte. Aber irgendwie bei Prep and Prime für mich nicht so. Das ist das HD Studio Finishing Powder. Und egal wie ich das auftrage. Ob dick, dünn, mit Pinsel, Beauty Blender, blibla blub. Das gibt einen extremen Flashback. Und ihr seht einfach extrem weiß aus. Und das nicht nur, wenn ihr mit Blitz Fotos macht. Was ziemlich grausam ist. Und das war es zu meinen Make-Up Produkten. Leute, wir sind durch. Ich weiß, das in der letzten Kategorie war jetzt eher schwierig. Aber das fällt mir echt schwer. Und gerade bei Puder und Primer will ich halt viel testen, bevor ich irgendwas weggebe. Aber das war es zu meiner Make-Up Kollektion. Jetzt haben wir hier noch ziemlich viele Fächer. Das ist aber alles Skincare. Eins habe ich mit Parfum. Eins mit Reisegrößen. Eins mit Nagellack. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr für Skincare auch ein Make-Up Kollektion. Oder nicht Make-Up Kollektion, sondern ein Skincare Kollektionsvideo haben wollt. Und dass wir da ein bisschen ausmisten. Dann mache ich das sehr, sehr gern. Mir gefällt das einfach total. Ich sitze hier auf dem Boden, quatsche ein bisschen mit euch. Und mir kommt es einfach vor, als würde ich hier mit einer Freundin sitzen. Deswegen hoffe ich, dass es für euch vielleicht genauso ist. Und wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne, ob ihr das in der Skincare-Edition haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.